Hallo werte Zuschauer, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Als allererstes, wir haben ein massives Problem mit Zensur, weil Telegram Gründer wurde in Paris verhaftet. Was ist das für eine Unterdrückungsgesellschaft geworden? Lass uns doch frei unsere Meinung äußern. Und es gibt gewisse Kanäle, bin ich der Meinung, klar, wenn da krasse Sachen sind, sollte man die trotzdem zeigen. Wenn du es nicht angucken kannst, dann halt nicht. Man muss natürlich solche Sachen vor Kindern schützen, hundertprozentig. Es gibt so viel auf der Welt, was man sehen sollte, dass man mit den Konsequenzen, auch wenn einem das zu nahe geht, damit leben muss als Erwachsener. Ich denke mal, wir alle brauchen niemanden, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben, wen wir zu lieben haben und was wir essen wollen oder sollen. Dann, Ricarda Lang. Islamistischer Thema ist eine der größten Gefahren für die Sicherheit in unserem Land. Er richtet sich gegen die Freiheit als solche. Deshalb kann hier nur null Toleranz gelten. Unsere Demokratie und ihre Sicherheitsbehörden müssen stärker sein als ihre Feinde. Bundesministerium für Wirtschaft, also Robert Habeck. Die Taten von Solingen sind weiterhin nicht zu fassen. Den Familien der Opfer alle Kraft in dieser unendlich schweren Zeit. Den Verletzten wünsche ich schnelle und vollständige Genesung und den Sicherheitsbehörden und Helfern danke ich von Herzen. Die Hintergründe und Motive müssen schnell aufgeklärt werden, aber eine rechtliche Verschärfung sind schlicht richtig und notwendig. Mehr Waffenverbotszonen Bist du bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist? So bescheuert bist du. Und strengere Waffengesetze. Hieb- und Stichwaffen braucht niemand in Deutschland. In der Öffentlichkeit. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Deswegen, finde ich, sollten wir auch keine Könige haben oder Fürsten, die wir bezahlen von unseren Steuergeldern und die einfach irgendwelche sinnlosen Gesetze beschließen wie Waffenverbotszonen, wo sich deren Täter daran eh nicht halten. Es trifft immer die normalen Leute. Und ich will ganz klar sagen, der islamistische Tatsache, ist eine der größten Gefahren für die Sicherheit in unserem Land. Wer solche Taten begeht, muss hart bestraft werden. Für Mörder, Terroristen und Islamisten kann es kein Toleranz geben. Und wenn es jemand ist, der hier als Geflüchteter und Asylbewerber den Schutz des Landes in Anspruch nimmt, hat der den Anspruch verloren. Vizekanzler Robert Habeck. Mensch Robert, denn verstehe ich das nicht, was ihr immer wieder fordert. Grüne Politiker fordern Ende der Grenzkontrollen. Ihr wollt doch alle reinlassen. Mal so, mal so, mal so, mal so. Also ihr seid nicht glaubwürdig. So, der Kanzler hat sich, obwohl es neue News gibt, dazu keine Stellung bezogen. Immer noch, das von gestern, dass es ein schreckliches Ereignis war. Frau Faeser, da kommt auch nichts Neues. Aber was genau ist passiert? In Fußketten und Handschellen wird er abgeführt. Der Messermörder von Solingen, Issa Alha. Ein Spezialkommando der Polizei holt den Syrer am Samstagmittag in Solingen ab. Die Polizeikolonne verlässt gegen 12.10 Uhr das gesicherte Gebäude einer Polizeiwache, wo Issa Alha bisher in Gewahrsam war. Der Hubschrauber Hummel 6 der Bundespolizei landet fast zeitgleich offenbar an einer Feuerwache. Innerhalb weniger Minuten ist er wieder in der Luft. Nach Bildinformationen wird der 26-jährige Attentäter zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht. Das Schlimmste daran ist, ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann wieder freikommt. Oder es gibt eine strafmildende Wirkung, weil er sich selber gestellt hat. Falls er das wirklich ist, aber da gibt es ja genügend Beweismittel. Ich hoffe wirklich, dass der es ist, dass es nicht nur eine Finte ist. Doch unser System hat mal wieder alles verkackt. Issa Alha, 26, trug blutbefleckte Kleidung. Das unglaubliche Abschiebeversagen und Solingen zum Politikskandal. Denn der syrische Messermörder Issa Alha, 26, der 2022 als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, hätte gar nicht mehr hier sein dürfen. Bild erfuhr, Anfang 2023 sollte er nach Bulgarien abgeschoben werden. Zuerst hatte Welt berichtet. Die Kette des Versagens nach Bildinformationen. Und erinnert euch das an einen Fall vor kurzem? Kennt ihr noch ihn hier? Michael Stürzenberger, der Überlebende. Sudermann Attaeh, der war auch nie auffällig gewesen, nie. War gut integriert, ja hieß es von den Medien. Sollte abgeschoben werden. Und was ist passiert? Wieder einer. Falls ihr es nicht mehr wisst, auch dieser junge Mann war ein Afghane. Ich habe gestern im Video schon gesagt, in irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, waren ja gestern so viele Videos, habe ich gesagt, ich würde Syrer und Afghanen, die würde ich gar nicht mehr aufnehmen. Auf gar keinen Fall. Und interessanterweise, und auf einmal, hier, Merz fordert zuvor den Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen. Oh. Was ein Wunder. Er sagt weiter, nicht die Messer sind das Problem, sondern die Personen. Jawohl, es sind die Personen. Es ist die Herkunft. So wie sie aufgewachsen sind. Daran glaube ich. In der Mehrzahl der Taten steht doch islamistische Motive dahinter. Merz formuliert es in Richtung Scholz. Ich fordere sie auf, mit uns zusammen, schnell, ohne weitere Verzögerung, Entscheidungen zu treffen. Ich hatte vorhin einen Kommentar gelesen, ja, ja, ich, ähm, die Politik geht, da geht es immer nur ums Reden. Nein, nein. Klar, muss man sich verständigen miteinander, aber es geht auch um Taten. Ja, es muss ausgeführt werden. Wenn das keine Konsequenzen jetzt gibt, was wird passieren? Es wird weitere Anschläge geben. Meine Meinung ist, wer als Flüchtling in sein Heimatland zum Urlaub reist, egal wie, was er da macht, hat den Anspruch verloren, in Deutschland einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Und somit verliert er auch, meiner Meinung nach, sämtliche Leistung von Zahlungen. Kann ja nicht so schlimm sein, wenn man da hinreist. Machen wir weiter. Isa Alha entzog sich damals noch in Bielefeld. Der Abschiebung tauchte ein halbes Jahr unter. Auch da. Er entzog sich der Abschiebung. Das ist so wie ein Haftbefehl. Du kriegst bestimmt einen Brief. Oh, sie werden abgeschoben. Oh, dann warte ich jetzt mal ab, bis ich abgeschoben werde. Echt jetzt? Das ist doch, also das kann es doch nicht sein. Jemand, der abgeschoben wird, der sollte mal hingehen, sagen, hier, alles klar, ist zugestellt, schönen Tag noch. Jetzt gehst du erst mal ins Gefängnis, ins Sammellager und kannst dir gegen Einspruch einlegen, bestimmt wieder ins deutsche Gesetz. Und nach Vollendung der Frist wirst du dann abgeschoben oder nicht abgeschoben. Aber so lange bleibst du da drin. Ganz einfach. Alles andere ist doch Schwachsinn nicht. Die können sich darauf vorbereiten. Ja, alles klar, ich fliege jetzt. Weil er abtauchte, konnte die sogenannte Übermittlungsfrist zur Abschiebung einfach so verstreichen. Krasse Folge, der Mann, der illegal eingereist war, sich der Abschiebung entzogen hatte und er getaucht bei uns lebte, bekam trotzdem Schutzstatus. Der Mann reißt illegal ein. Ihr Gutmenschen da draußen. Illegal. Ja, und ey. Und trotzdem bekommt er den Schutzstatus. Das ist doch bescheuert. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das Bundesamt für Migration erteilte dem IS-Terroristen subsidiären Schutz. Ein Politik- und Behördenversagen auf ganzer Linie. Erst als es zu spät war, griff der Staat ein. Samstag, kurz vor 23 Uhr, in der Solinger Innenstadt, aus einem dunklen Hinterhof am Entenfuhl, kommt ein schmutziger Mann durch den Regen gelaufen. Seine Hände und die Kleidung sind blutverschmiert. Der Syrer stoppt vor einem Streifenwagen, der in der Nähe der Gürdeler Straße steht, sagt zu den Beamten, ich bin der, den ihr sucht. NRW-Innenminister Herbert Reul, 71, CDU, erklärt eine Stunde später in den Tagesthemen. Der, den wir den ganzen Tag gesucht hatten, den haben wir jetzt in Gewahrsam. Der Gesuchte und in der Nacht Verhaftete heißt Issa Al-Haar. Er ist 26 Jahre alt und hat gestanden, nach dem Anschlag rannte der Syrer weg, entsorgte offenbar das Messer in einem Durchgang zur Gürdeler Straße. Die Polizei hatte die Waffe dort am Samstagmittag entdeckt. Anschließend war der Täter untergetaucht. Nach Bildinformationen hatte sich Issa Al-Haar in einem Hinterhof versteckt. Als es 26 Stunden später heftig regnete, gab er auf. Haar stellte sich den Beamten. So kam der Täter nach Deutschland. Spurensuche Warum sollte er sich stellen? Das macht für mich noch gar keinen Sinn, aber ich hoffe wirklich, es gibt genügend Beweismittel, dass er es auch war. Nicht, dass immer noch, dass es einfach nur ein Mittelsmann war, der sich da stellt. Muss ja echt vom Schlimmsten ausgehen. Und dass immer noch ein anderer umherläuft. 1998 in der syrischen Stadt Daya Alsur geboren, berichtet der Spiegel. Die 300.000 Einwohner-Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Osten des Landes wird mehrheitlich von sunnitischen Muslimen bewohnt. Auch Issa Al-Haar gehört dieser größten islamischen Glaubensgruppe an. Als 2011 der Bürgerkrieg in Syrien ausbricht, ist Haar 13 Jahre alt. Später besetzt der IS die Stadt. Syrische Truppen erobern Daya Alsur 2017 zurück, die bis dahin und seither immer wieder Ziel von Terroranschlägen oder Selbstmordattentaten wurde. Issa Al-Haar flieht. Im Dezember 2022 kommt der mittlerweile offenbar radikalisierte Islamist nach Deutschland. Flieht er oder ist das vorabgesprochen, dass er nach Deutschland geht und dafür seine Brüder und Schwestern nach dem keine Ahnung was da nach seinem Glauben das bei den Ungläubigen hier mit Absicht macht. Klar, man kann sagen, dass es wegen den Gaza-Streifen und Israel und das hast du nicht gesehen. Aber ich glaube immer noch, wer ruft Allah Akbar und wie auch immer das heißt. Das ist für mich ganz klar religiöser Hintergrund. In Bielefeld beantragt er Asyl, erhält 2023 sogenannten subsidiären Schutz. Diesen Status erhalten Geflüchtete aus dem Bürgerkriegsland häufig. Zuletzt lebte er in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen. Wie Fokus online berichtet, fanden Ermittler in seinem Zimmer nach der Tat die Messerhülle der Tatwaffe. Den Sicherheitsbehörden war der Syrer bislang nicht aufgefallen. Mutmaßlich war Issa Al-Haar aber mit der Terrororganisation Islamischer Staat IS in Kontakt. Schreibt was Kommentar rein, um was es wirklich gegangen ist. Schreibt einen Kommentar rein, ob euch auch das klar war, dass wieder mal das ist ein Flüchtling ist, in Anführungszeichen, und dass es wieder mal diese Regierung komplett versagt hat. Und wieder mal will keiner die Konsequenzen daraus ziehen. Das ist das beste Deutschland aller Zeiten. Leute, 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 Leute. Wir werden sehen, ob jetzt die nächsten Tage noch Stellungnahmen von der Riegerübung kommen. Ich bezweifle das, oder es wird wieder gesagt, wir sind als Gesellschaft schuld. Haben wir ja schon alles erlebt in diesem Jahr. Abwarten. Ich muss noch schnell kurz reingrätschen, was Wichtiges und auch wirklich Gutes. Alle vier stationären behandelten Patienten sind über dem Berg, sagte der medizinische Geschäftsführer der Städtischen Klinikums in Solingen. Das ist doch gut. Wenigstens etwas. Ich hoffe auch dafür gute und schnellste Genesung, wirklich. Hat kein Mensch sowas verdient. Und an alle da draußen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg wird das Richtige. Und somit, Leute, macht es gut. Ich bin raus. Schönen Sonntag euch noch. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.